Willkommen in der HDI-Arena, willkommen bei 96, ich begrüße Sie zur Pressekonferenz mit beiden Trainern. Und ja, da es spät geworden ist am Sonntagabend, starten wir direkt mit Ihnen, Herr Breitenreiter. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ja, ich denke, wir haben heute einen verdienten Sieg meiner Mannschaft gesehen. Wir haben von der ersten Minute an sehr kompakt gespielt, in der ersten Halbzeit mit wenig Ballbesitz. Klar, das war auch zu erwarten, aber haben bis auf eine Situation, die brenzlig war, keine einzige richtige Torschance zugelassen. Nach vorne waren wir in der ersten Halbzeit auch schon durch Nadelstiche gefährlich. Ich denke an zwei, drei Abschlüsse von Alban Mäher oder auch von Zülemann-Kocz. Und ja, in der Halbzeit haben wir uns vorgenommen, weiter wach zu spielen, weiter aggressiv zu sein, laufstark zu sein. Denn uns war schon bewusst, dass natürlich auch die Zuschauer unruhig werden würden, je länger es gegen den kleinen SC Paderborn 0-0 steht. Und ja, wir waren im Grunde da schon drauf und dran, das 1-0 zu erzielen. Wir haben eine hundertprozentige Torschance von Zülemann-Kocz, die ja gerade noch auf der Linie geklärt wird. Und bekommen im Gegenzug das 0-1 zu dem Zeitpunkt völlig ungerecht und aufgrund der zweiten Halbzeit dann auch unverdient. Die Moral der Mannschaft hat sich heute auch wieder gezeigt, wir haben danach richtig Gas gegeben. Wir wollten unbedingt den Bock umstoßen, uns das nächste Erfolgserlebnis verschaffen. Und ja, Lucky hat dann gezeigt, warum wir ihn geholt haben, welche Qualität er besitzt und vollendet eine überrangende Flanke von Florian Harter zum 1-1. Und ja, die Jungs wollten das Spiel dann gewinnen. Das hat man gesehen, sie haben gebrannt, haben das Selbstvertrauen auch zurückgekriegt, endlich wieder ein Tor gemacht zu haben. Und Albernmeer, der kann halt einfach auch überrangende Freischüsse schießen, wenn die Bälle aufs Tor kommen. Und das ist für jeden Torwart wahnsinnig schwer zu halten. Ja, auch wenn man dann vielleicht denken könnte, der ist haltbar, das ist echt schwer. Und ja, da haben wir uns einfach belohnt. Ich denke, für eine großartige Leistung hier auswärts. Und ja, der Weg unserer Erfolgsschritte geht weiter. Und da sind wir natürlich sehr glücklich über die tolle Leistung der Mannschaft heute. Danke. Wir danken Ihnen. Trainer, ich darf dich bitten, das Spiel aus deiner Sicht zu kommentieren. Ja, zunächst einmal Glückwunsch an den Kollegen und natürlich aber auch an Paderborn zum Sieg. Ja, ich denke, wir sind nicht in unser Spiel reingekommen, haben es nicht geschafft, so zu spielen, wie wir uns das auch vorgenommen haben. Und hatten gegen den gutstehenden Gegner immer wieder auch Probleme uns durchzukombinieren. Einfache Ballverluste haben dann versucht, in der zweiten Halbzeit, da wir wussten, dass es auch schwer sein wird, weil der Gegner einfach sehr kompakt steht, haben dann versucht, noch mit der zweiten Spitze und dann über die Flügel da etwas mehr Druck aufzubauen. Und dann haben wir letztendlich dann das 1 zu 0 auch gemacht, hat uns aber auch keine Sicherheit gegeben, wie wir es eigentlich schon von Beginn an gesehen haben. Und dann mit zwei Aktionen dann dieses Spiel verloren. Ja, jetzt sind wir in keiner sehr, sehr guten Situation, haben uns selber durch die Punktverluste heute eher verdient wie unverdient. Aber in den letzten Spielen war es etwas anders. Aber trotz alledem ist es so, wenn man keine Punkte holt, dann bringt man sich selber in eine Situation, die natürlich nicht gut ist. Jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Situation annehmen und so schnell wie möglich jetzt gleich mit dem nächsten Spiel versuchen, es besser zu machen. Abonnenten Untertitelung des ZDF, 2020